die Leute was geht und herzlich willkommen zu diesem Video von der Kanäle ich bin unterwegs und heute Leute kommt mal ein das Video auch von dem Kanal um ich habe es in den Skil und zwar ist es dieser Panduskind ich finde recht cute Jo ich würde sagen um ich bin jetzt eine Runde mit dem Chilisch auf den Gommel hd.net server und ich werde noch kurz mein Text back ändern denn das braucht zu viel also es ist zu aufwendig also es ist fähig also nicht fähig und so an ja ich glaube nicht dass ich meine bis gleich ich bin jetzt mit dem Peck von Lima sie geht raus und nicht und ich bin zu sagen ich bin jetzt einfach mal eine Runde und ich habe mich gerade schon mal eine Runde eingespielt ich bin 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 ich habe wieder komisch keine Ahnung was da los ist ich habe noch gerade nur 20 fps gerade nicht so stabil ähm zu tun sie eben nicht mehr so aus wie sich das ist so gut hinbekommen muss ich nicht lernen das ist was zu bett geht und es ist klar ist das ist ein bisschen zu tun bei der Hände von einem Zustand in den neuen äh, der spielt sich absolut unruhig. Oder ich bekomme als Abschied keine Hits-Haupt. Ja, aber kann auch scheinbar. Ähm, zu der Frage, wann mein 100 Abos-Persion kommt. Das wird kommen, Leute. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann. Ja, ich bin fast. Ich gehe nur neu. Ähm, nehm nun. Das kommt auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht wann. Ähm, aber ich will kommen. Auf jeden Fall wird ein Text bekommen. Mein Name ist ein Abo-Pack. Wie, wo, was? Allerlei, okay, danke. Achtung mir schon. Ähm, das hat sich gut gemacht. Das hat sich ja gut gemacht. Das habe ich schon gezeigt. Stick-Fight zeige ich euch auch noch, weil ich das absolut nicht kann. Ich bin einfach zufrieden, zufrieden. Äh, ich wollte immer runter. Alter, der hat ein Ding, Skin. Äh, ich war gerade aufgelenmend von Skinny. Er sagt, er kann es nicht und dann passiert erst mal richtig hart. Nö. 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 Pfff. Wie gesagt, ich bin schlechtes Stick-Fight. Ich spiel das nicht. Ich mag mehr Meldschü. RASCH! Ja, gönn dir. Kein Bock mehr. Und dann gibt's ja noch so Models, der ist Deathmatch. BW. Kurs ist das Spielmen es gibt es derzeit noch nicht so viele Maps und will sich bestimmt gerade sagen wenn der Schlau ist dann macht es nicht so aber ist nicht schlau aber ich wollte gerade sagen aber ich bin schlau und verlässt mir runter wie sie auch bin ich habe mich runter gefallen weil ich jetzt gerade nicht so hart ich habe gerade nichts gecheckt Alter es ist jetzt lächerlich ich heiße dieses Programm das Ding ist ich nehme das im full screen of the media full hd habt ich glaube das full hd ist ich weiß es nicht ich hoffe ich hoffe so spiele ich wieder im verkleinerten Modus dass ihr die full quali habt und was ist alter ich habe 20 fps das wäre geil danke dafür weil ich absolut ja ich komme vielleicht noch ein knackiger vielleicht ich wollte gerade Blocksafe ich drücke immer die falsche Taste zum Blocksafe hier ich habe sie ich habe keine Nein, Alter. Nein, nein. Safe, Alter. SAFE HITT WITNIT MEHRICHT! Nö. Nö. Fangen wir in den Bock drauf. Nö. Nein, okay. Wie hat der denn jetzt überlebt, Alter? Ich kriege einen Anfall. Hä? Wie erlebt ihr das denn? Safe Call Hacker? Ja, Safe, Alter. Komm. Ja, Leute. Ich werde jetzt aus der Runde gehen. Der ist absolut unnötig. Ich kriege einfach keinen Hits drauf und er kriegt keinen Bock. Geil, danke dafür. Ja, Leute, wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Daumen nach oben da. Abonniert und nicht mehr verpassen. Ähm, ich werde jetzt vielleicht noch einen kleinen Stream machen. Beziehungsweise ich streame wahrscheinlich schon. Oder hab gestreamt, wenn das Video online kommt. Ähm, ich werde jetzt öfter von der PS4 streamen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.